Erhebt euch, Agent und Kreuzfahrer! Die Stunde der Gerechtigkeit ist da! Fühlst du es, mein Sohn, wie es dich einkreist? Die Gerechtigkeit des Lichts ist ermacht. Die Sünden der Vergangenheit holen dich endlich ein. Du wirst Rechenschaft ablegen müssen. Für all die Gräuntheiten, die du begangen hast. Die unnaussprechlichen Schrecken, die du in diese Welt brachtest. Und die dunklen, uralten Mächte, die du versklavt hast. Meine Seele war die erste, die von dem Bösen in dir verschlungen wurde. Noch tausende mehr sind in dieser Klinge gefangen und schreien nach Erlösung. Sorge dich um deine Verteidigung, mein Sohn. Die Champions der Gerechtigkeit stehen vor deinen Toren. Sollen sie kommen. Frostgram. Hornet.